hallo ihr weint Glückwunsch mit 3 herzlichen Willkommen auf unserem großen Kanal zum kleinen Fluffing Game und zwar spielen wir heute 7 Nights at Scratch Night One. Settings? Game Settings? Ach komm hör doch hoch vielleicht bin ich doch im Arsch. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer ohne die es ja alles gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank Ich bin ein Freund von dir. Ich liebe dich. Da ist die Wun. Da ist die Wun. Da ist die Wun. Da ist die Wunsch. Da ist die Wunsch. Telefonkammeln. Ah hallo? Ah ja ich bin ein Freund von dir. Und die Wunsch. Oh Gott, wie jung ist er denn? Ah, das war's schon oder was? Helland für ewig die... Ah, Freund. Hier ist Pigoko. What, Freunde? Was ist so ein Spiel? Hier gibt es nicht mal ein Gimmick oder was? Celebrate. Was sind das für kleine Dinger? Freunde, was sind das für kleine Dinger? Was ist denn das für ein Spiel? Freunde, was ist das für ein Spiel? Passt du mir hier an. Aber wenn ich mir grad ein bisschen verrutschen... Jetzt würde ich auch was sehen. Seh? Freunde, was mach ich da? Ja. Und der Entwickler hat sich ja so jung angehört. Der war doch noch mal zehn. Der war höchstens acht oder so. Acht, neun Jahre. Höchstens. Aber dafür sieht der Kabel schlecht aus. So ein junges Ding. So putzig, Leute. Und ich, Alter, sag, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin so alt. Ich komm mit dem Alter voll nicht mehr klar. Glück. Scherz. Denn meine Rippen schmerzen ich schon bald. Ich kann mich echt kaum bewegen, Leute. Und das Atmen fällt mir schwer. What? Kommt jetzt endlich mal einer. Es kommt ja keiner. Bitte lasst, dass die Nacht schnell rumgeht. Das ist mein letztes Video. Ich will euch aufnehmen. Wir haben Nikolaus da. Ah. Ich kann nicht mehr Freunde. Ich bin out of order, wie man so schön sagt. So ganz schön. Out of order. Es kommt keiner. No one is coming. Obwohl, doch da kommt ein blauer. Auf der linken Seite kommt ein blauer. The blue one. The blue one. Wer ist das? Kennt denn jemand von euch? Die Figuren? Oder sind die frei erfunden? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es wisst. Aber mir brennts linke Auge. Warum? Ich weiß es nicht. Hier kommt keiner. What? Diese Geräusche. Gelb. Blau. Wee. 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 Der geht nicht. Please move away. Go ahead, Pony. Er ist weg. Er ist da. 3 Uhr. Freunde, bin ich froh. 3 Uhr. Freunde, was tue ich mir hier an? Als einfach mal Klartext. Was? Er ist aber noch da. Was tue ich mir hier an? Nur für euch. Muss das sein, Freunde? Muss das sein, Freunde? Warum spiele ich hier nicht alles so? Es ist so krall. Äh. Äh. Piste, Pateroff. Äh. Äh. Er geht einfach nicht. 4 Uhr. Äh. Äh. Blimmlicher alter Mann. Er ist immer noch da. Er ist nicht hier oben. Oh, hau doch ab hier. Freunde. Er geht nicht. Er geht. Er geht einfach nicht weg. 5 Uhr. 5 Uhr. Oh, thank you. Seht ihr? Er ist immer da oben in der Stage. Meine Freunde, was ich mir da alles antue. Wo ist auch mein alt MBI? Unmöglich, oder? Aber zur Zeit? Nothing. Jo. Warum halt mal das Spiel, ne? Bleibt einem ja nichts anderes übrig. Holy moly, aber wir haben es gleich geschafft. Ich gebe schon mal 7 Minuten auf. Ich kann dich sehen. Wake up in the morning in the building. Mein Freunde, es ist der Nikolaustag. Wir haben nämlich Sonntag. 1 Uhr 12. Ist zu reich. Ja. Ihr könnt euch ja gerne selber unterladen. Das 7 Nights at Scratch. Ich habe jetzt ein Part gespielt. Heiß Maul. Es langt. Sieht ja ganz lustig aus. Für das Alter von dem Entwickler. Alle Achtung. Kannste echt nicht meckern. Also. Ich hätte sowas nie hinbekommen. Damals. Damals gab es das alles noch gar nicht. In diesem Sinne. Wir bedanken uns für euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn er wieder einschalten würde. auf unserem Rostik-Kanal. Bitte bewertet. Bewertet. Doch. Das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt. mein Funktionskrippst du nicht. Press the button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt aber auf euch auf. Und bleibt vor allem gesund. Und schützt euch. Dann klappt das auch. Ja. Sagt Tschö mit Öl. Anfänger die Glocke. Euer Sam Teddy. Der Billion. Der Restauranterband. Der Ute Hosen. Der alte Sack. Thank you and goodbye. Good night. Bye bye. Bye bye. fog Vedkela. ArT sabve zurück. Ja. Unfalle zu. Unfalle zu. ArTab. Often a Fakza muy bene. Alles weg.